hey ja hier ist der diepstar und willkommen zu einem neuesten projekt und zwar spiel mit euch ein spiel gepublist von electronic arts und entwickelt von da ist ein spiel aus dem jahr 2010 mit dem namen battlefield bad company 2 ja das spiele mit euch ein spiel wie gesagt aus dem jahr 2010 was ab 18 jahren frei ergeben ist das heißt falls ihr kein 18 jahre alt seid müsst ihr leider abschalten das ist leider so ja ich habe vor ein paar monaten bad company 1 gespielt damals auf der xbox 360 und jetzt mit dem zweiten teil diesmal auch pc den ich natürlich auch blind spielen werde das heißt ich habe den noch nie gezockt wir werden natürlich den einzeln spieler modus spielen in der neuen kampagne logischerweise ja wir haben die auswahl zwischen drei schwierigkeitsgraden entweder einfach empfohlen für shooter neulinge oder zum ausprobieren normal herausfordernde gegner die dein können auf die probe stellen werden oder schwer für erfahrene spieler gegner sind tödlich zeigt was du drauf hast ja ihr kennt mich ja ich fange beim ersten durchlauf eines spiels immer auf normal an weil das spiel meistens auf die spielkart gerade ja ausbalanciert wurde ist auch bei es gibt natürlich auch spiele wurde wo alle spielkart gerade angepasst sind natürlich aber in der regel kann ich nie genau sagen welches spiel das ist und auch normal kann ich mir sicher gehen darauf haben die entwickler das optimiert ist auch mir alles dabei neuen spiel noch so bei älteren so auf jetzt auch noch mehr natürlich aber bei neueren auch noch deswegen gehe ich da lieber kein risiko ein wir wollen ja auch bis vorankommen also ich sagen wir spielen auch normal und ja können ein gedreckt loslegen habe ich habe alles eingestellt und ja hab gesagt ich spiele es ist 18 ja der vorgänger als spiel könnt ihr gucken auf youtube gab es anfang des videos hier eine kleine anmerkung wo ihr direkt draufklicken könnt um dort zur playlist zu kommen am ersten teil falls ihr nicht mehr wisst was war battlefield bad company worum ging es da auch wenn ich weiß ob hier die story irgendeine fortsetzung ist oder über anderes nebengeschichte das weiß ich nicht werden wir sicher herausfinden aber für die für vollständig für die für die vervollständigung könnt ihr natürlich erst dann auch gucken gibt es natürlich auch schon also müsste ich so lange warten bis die nächsten folgen erscheinen hat er mal schon mal ein let's play zu gucken ja gut wir fangen an auf schädigkeitsgrad nochmal und ich wünsche viel spaß mit dem ich würde mal sagen intro ja also los geht's herbst 1944 japanisches meer kurz bevor die atomümmel den zweiten weltkrieg beendete wurde eine kleine gruppe us-kommandos rausgeschickt um einen japanischen wissenschaftler mit kriegsentscheidenden informationen zu retten am 6 oktober um sechs uhr begann operation aurora 20 minuten später war sie beendet der ausgang von operation aurora wurde der öffentlichkeit vorenthalten alle berichte wurden sehr stört die operation wurde zu einem mythos das hier passiert wirklich an diesem tag hey du hast eine stelle vergessen wald da ist es jetzt warten wir sarge ist dieses aurora dings wirklich hier behaupten sie behaupten sie behaupten sie was meinst du mackie keine ahnung faraday aber du wirst es mir gleich sagen ich sehe das mal so wir haben atombomben die krauts v2s und die abse haben sicher auch was wir sind wegen des wissenschaftlers hier und wer nicht v2s und die abel-squad ist bereits sagt ok schmeißt den motor an bring uns rein v2s und die abel-squad ist v2s und die abel-squad ist v3s 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 Stab, Stab, da, da oben, Patrouille, dranbleiben, Ebel, nach den Motor aus, kein Mucks. Who's the right there? Low, is wide. Botzomega, full the way. Scheisse. One down. Stehen und der Buschoss! Stehen unter der Schoss! Stehen unter der Schoss! Füß da hoch! Scheiße! Alles sauber! Jemand verletzt? Das Abel-Squad hat's nicht geschafft. Gut, dann hängt's von uns ab. Wieso hat's noch nicht angefangen, Sarge? Es hieß 0600. Auf die Sekunde genau. Hat's geklappt? Wenn Sie das jetzt wegstecken, können Sie den Überläufer behalten. Dann mal los! Ja! Sichere den Weg zum Trepppunkt. Ja, jetzt sind wir hier im Spiel. Und ja, wir sind, wie ihr uns wieder gelesen habt, im Zweiten Weltkrieg unterwegs. Ja, auf Japanischem Territorium. Ich hab mir damals bei Bad Company 1 mal gesagt, ich hab das ursprünglich für den Zweiten Weltkrieg gehalten. Also, bevor ich das mal gespielt habe. Ähm, es könnte sein, dass das dieser Mission oder dem Spiel hier geschuldet ist. Ich meine, ob das jetzt eine Mission ist oder das ganze Spiel im Zweiten Weltkrieg spielt. Ähm, das weiß ich alles nicht. Ähm, ja, kann natürlich sein, dass ich mich halt durch diese Mission hier, weil es dann im Zweiten Weltkrieg irgendwie was gab mit Bad Company. Mir ist vielleicht halt gedacht, dass das Spiel findet da statt. Aber, ja, wie ihr sehen könnt, ähm, ja, sind wir jetzt im Zweiten Weltkrieg. Aber im ersten Teil waren wir es nicht. Wie es hier aussieht weiß ich auch nicht, ob das mit der Hauptstadt was zu tun hat. oder einfach nur so... als Demo-Mission geplant ist, als Tutorial-Mission oder so. Da werden wir uns ja auch erstellen. Dann würde ich mal sagen, wir können loslegen. Und ducken uns. Okay. Okay, zwei Stück. Wyatt, übernimm den da links. Ja, Wyatt, da sind wir. Wir sind aber nicht mehr Preston Marlowe. So, ja, wie auch denn auch. Der war ja im Zweiten Weltkrieg noch nicht aktiv. Ich weiß nicht, ob wir Preston Marlowe wiedersehen werden oder es Bezug gibt's im ersten Teil. Wie gesagt, das wird sich alles zeigen. Aber ich hab mich nicht informiert über die Story, um mich nicht spawnern zu lassen. Messer benutzen, ja. Stirb endlich, du Bastard! Zwei sind weg. Tausend bleiben noch. Ja, wie nett. Ja, wie gesagt, das Spiel ist am 18. ergeben. Der Vorgänger war ja noch ab 16. Weil er ja nicht sehr brutal war. Der war ja auch ein bisschen humorvoll. Aber der scheint offenbar ein bisschen brutaler zu sein. Und auch ernster. Gut, er ist eben zwei Jahre später, dass halt alle, die Teil 1 spielen konnten, konnten auch Teil 2 spielen. Aber, ja. Wir werden's ja sehen, ne. Deswegen, ich hab irgendwie rechnet, dass es... Ich hab irgendwie fast angerechnet, dass es irgendwie der blutig jetzt wird da mit dem Aufspießen mit dem Messer. Aber, ja. War's nicht. Ah. Okay. Gut, dann gehen wir mal hinterher. Ah. Da sind unsere. Äh. Mutlück gehabt, weil wir nicht da lang gelaufen sind. Okay. 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 Ich kann ihn umkümmern, um die Leute. Um den dazu beifeln. Ja, er hat er. Hat er erledigt. Ja. Ich bin bei dir. Okay. Haben wir erwischt den ersten? Ja. Und dann noch mehr. Aber tausend. Natürlich tausend. Ja. In der Wüste. Ist er tot? Ja. Der ist tot. Wir haben ihn in der Wüste. Wir gehen ganz schnell ab hier. Ah. Ah. Japanische Waffe. Okay. Volltreffer. Ja. Der ist tot. Der ist tot. Der ist tot. Der ist tot. Un commandeer auf. Der ist tot. Ja. Die. 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 H.O.D. von der Munition und so. Komm uns mal hoch. Okay. Einfach drauf zulaufen, ne? Ja. Okay, einfach drauf zu und dann geht das. So. Okay. Oh. Japanischen Sungel.